Ich weiß nicht, wo meine Bälle immer gelandet sind? Hinter dir. Nee, so direkt aufgeliebt. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge ungeschminkt. Und heute geht es wahrscheinlich um mein Lieblingsthema. Und zwar Schulsport. Also wenn ihr wie ich seid, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Wart ihr auch immer die Letzten, die gewählt wurden? Oder wart ihr immer die Ersten, die gewählt wurden in der Mannschaft? Schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ja, Julia, erzähl mal. Also bei mir war das so, dass ich halt eigentlich sowas, was wir im Winter gemacht haben, nicht so gut war. Weil es sind so Touren oder so. Aber ansonsten haben wir halt auch immer mal so jedes Jahr eine andere Sportart gemacht. Ich glaube erst Handball, dann Fußball, Moneyball, Basketball. Oder Schwimmen. Nee, haben wir gar nicht zum Beispiel. Und ich war halt in den Sportarten so ganz gut. Oder auch in Leichtathletik, das machte ich immer richtig gerne. So Weitsprung und Sprint und so. Ich war nicht so gut im Werfen. Ich habe irgendwie immer, kennt ihr das, wenn man so runterwirft anstatt so hoch? Und irgendwie, wenn man diesen falschen Schwung hat und das von falsch gelernt hat, dann geht das einfach nicht. Weißt du, wo meine Bälle immer gelandet sind? Hinter dir. Nee, so direkt. Aber ich mag auch diese Herausforderung. Also es gibt halt ja wirklich so Leute, die das hassen, auch mal neue Sachen auszuprobieren. Und dann immer denken, nee, kann ich sowieso nicht. Und ich war immer so, doch, ich probiere das einfach. Und das fand ich schon immer ganz cool eigentlich auch am Schulsport, dass man da halt auch verschiedene neue Sachen ausgetestet hat. Ja, ich finde auch, wenn man jetzt eine Sportart noch gar nicht kennt, sowas wie zum Beispiel Badminton, das übst du ja nicht zu Hause, weil du musst dir ja erstmal ein Netz kaufen und zwei Schläger und noch jemanden haben oder so. Ja. Und das ist eigentlich ganz cool, wenn man das mal macht. Oder Tischtennis war auch witzig. Ja, genau. Und sowas haben wir auch gemacht mal. Mein schlimmster Sport war Volleyball. Da habe ich immer eine Fünf bekommen. Oh, das fand ich. Das hat auch immer so weh gezahlt. Ja, oder ich habe immer hier überall blaue Flecken bekommen. Bei den ganzen, wie hieß das immer? Britzen und... Britzen und... Ja. Das andere. Aber könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher Mannschaftssport ist das ja eigentlich. Genau. Oder Ballsport euer Lieblingssport ist. Ansonsten, bei Basketball zum Beispiel, ich war immer diejenige, die nur gedribbelt hat, wenn der Lehrer geschaut hat. Und immer so, wenn der Lehrer schaut, oh, jetzt muss ich was machen. Und ja, ich glaube, vielleicht lag es auch daran, dass ich immer als Letztes gewählt wurde. Und kennt ihr das auch noch so aus dem Schulsport? Das könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, dass viele das auch immer nutzen, so als Catwalk. Ja. Und sich da auch immer den Jungs so ein bisschen präsentieren wollen in den coolen Sportoutfits. Die engsten Hosen mit dem bauchfreien Tanktop. Das waren halt so immer die typischen Mädels, die das dann waren. Genau. Also da könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, achtet ihr sehr stark auf eure Sportbekleidung beim Schulsport? Oder seid ihr auch immer so, ich zähle mal das an, worin ich mich gut fühle. Am Ende überzeugst du ja die Jungs und die Lehrer mit der Leistung. Also ich hatte Gymnastiktanz, das war meine Bestennote. Da haben wir mit diesen Schleifenbändern. Ach cool. Wie heißen diese Dinger? Wisst ihr das? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß es nicht. Ich kann mir das richtig süß werden. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den Begriff noch kennt. Jedenfalls hatten wir voll die süße Choreografie. Ich hatte irgendwas zusammen gemixt an Liedern. Und darin bin ich voll aufgegangen. Und dann haben wir, eine Freundin und ich, das geübt, richtig coole Choreo zusammen gemacht. Und ja, irgendwie war das schon so mein Ding. Fände ich es immer cool, dass Jungs und Mädchen dann zusammen trainiert haben? Ja, also ich finde das gut. Also ich finde das komisch, wenn das nur Mädchen sind. Weil Jungs pushen einen auch viel mehr. Also es müssen halt coole Jungs sein. Wenn es so welche sind, Mädchen können kein Fußball. Und wir machen hier Jungs gegen Mädchen. Und die wollen einen dann nur so mit dem Fußball ins Gesicht knallen. Dann ist es natürlich blöd. Aber ich finde gerade so in der Pubertät, so mit 13, 14, da hatten wir das, glaube ich, auch getrennt. Und das fand ich auch echt super. Weil da ist man ja echt so in diesem Zeitpunkt, wo jeder so ein bisschen diese typischen Mädchenprobleme irgendwie hat. und dann kannst du da auch nochmal einfach anders in deiner Sportgruppe da mit den Leuten drüber sprechen und auch mit den Lehrern, dann verstehen die das eher oder dann ist einem das nicht so unangenehm. Wenn du sagst, ja, ich habe gerade meine Tage, ich habe Regelschmerzen. Und wenn du das dann im Sportunterricht mit Jungs machen musst, nicht so cool. Wenn ihr Sportlehrer sein würdet, was würdet ihr ändern? Also ich würde entweder schon mal dieses mit diesem Notensystem schon mal abschaffen eigentlich. Weil am Ende, finde ich, geht es ja darum, dass du dich einmal so einen Ausgleich halt zur Schule hast. Zudem, dass du immer den ganzen Tag rumsitzt. Und natürlich auch, dass du halt so ein bisschen dich auspowerst und eben lernst, okay, was habe ich so, was macht mir Spaß und so. Weil keiner kann doch alles können. Und ich finde nicht, dass man sagen kann, jemand ist unsportlich nur, weil er nicht richtig laufen kann. Dafür kann er super gut Weitsprung machen. Das finde ich auch irgendwie schade, weil das ist schnell so demotiviert, wenn du halt einfach einen Sport halt nicht kannst und deswegen direkt da eine schlechte Note bekommst, weil man kann nicht in allem gut sein. Und ich finde es, glaube ich, auch cool, wenn die Lehrer so ein bisschen offener sind, dass man auch viele Ideen selbst einbringen kann. Ich meine, mittlerweile gibt es so viele neue Trendsportarten auch, dass man das halt auch mal mehr fördert und nicht immer nur Oldschool-Völkerball oder so spielt. Ja, das finde ich auch voll die gute Idee, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr was mit das, was im Social-Media-Guard-Trend ist, verknüpft. Weil dann können sich die Kiddies viel besser damit identifizieren. Weil was ich immer auf Instagram sehe, wäre doch voll cool, wenn ich das kann. Blacklining oder so alleine, kennt ihr das? Das sind so Sachen, ich glaube, da hätten alle Spaß dran, das wäre total cool. Und das würde halt auch so die Klassengemeinschaft so ein bisschen zusammenschweißen. Das ist ja auch so der Sinn von so Teamsportarten und so. Ja, wenn man seine eigene Musik mitbringen darf, das fände ich auch cool. Oh, das ist auch cool. Die Lehrer haben immer noch so ganz alte CDs bei uns gehabt von, weiß ich nicht wann. Kasetten haben die manchmal auch. Ja, das war so nervig. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr Schulsport mögt oder ob ihr genauso wie Kisu nicht so der Fan davon seid. Genau, aber ihr könnt gerne den Kanal hier abonnieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Genau, und wir haben natürlich auch Snapchat, da heißen wir bbyoungcare.de. Schaut da vorbei, wir snap nämlich sehr gerne. Ja, dann bis dann. Tschüss. Tschüss.